In diesem Video zum Arbeitsblatt Physikalische Anwendungen der Differential- und Integralrechnung besprechen wir eine Typ 2 SRDP-Aufgabe. Sie trägt den Titel Bewegung eines Fahrzeugs mit der Aufgabennummer 2020. Das ist die Angabe. Nimm dir einen Moment Zeit, das Video zu pausieren, selbst die Angabe zu lesen und Schlüsselwörter zu unterstreichen, damit du die Angabe strukturieren kannst. In den ersten 5 Sekunden kann die Geschwindigkeit mit dieser Funktion beschrieben werden. In den folgenden 3 Sekunden sinkt die Geschwindigkeit. Ab der 8. Sekunde bewegt sich das Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit von 15 Meter pro Sekunde. Nach 10 Sekunden erkennt der Lenker ein Hindernis, braucht aber noch eine Sekunde um zu reagieren und beginnt dann gleichmäßig zu bremsen. Okay, dann beginnen wir mit der ersten Aufgabe. Aufgabe A. Interpretieren Sie den Ausdruck Integral von 0 bis 5 V von T dt im Hinblick auf die Bewegung des Fahrzeugs. Wir haben also das Zeitintervall 0 bis 5, das entspricht dem gelben Abschnitt der Bewegung. Beim Interpretieren achte darauf, dass du über die Bedeutung sprichst. Wenn es geht, gib immer ein Zeitintervall oder einen Zeitpunkt an und die Einheiten. Pausiere jetzt das Video und schreibe selbst einen Satz auf, wie man diesen Ausdruck interpretieren könnte. Das Integral der Geschwindigkeitsfunktion gibt den zurückgelegten Weg an, das ist die Bedeutung, im Zeitintervall 0 bis 5, also in den ersten 5 Sekunden und wenn die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde angegeben ist, dann ist der zurückgelegte Weg in Metern angegeben. Und genau so schreiben wir das hin. Der Ausdruck Integral von 0 bis 5 V von T dt gibt den Weg in Metern an, den das Fahrzeug in den ersten 5 Sekunden zurücklegt. Passt! Es gibt einen zweiten Teil. Geben Sie die Bedeutung des Ausdrucks Integral von 0 bis 5 V von T dt minus Integral von 0 bis 2 V von T dt durch 3 im vorliegenden Kontext an. Wir sehen hier also, das Integral kommt genau hier nochmal vor. Wir wissen schon, was es bedeutet. Das ist der zurückgelegte Weg in den ersten 5 Sekunden. Also man könnte auch sagen S von 5. Dann ist dieser Ausdruck S von 2. Also wir haben S von 5 minus S von 2 durch 5 minus 2. Beachte wieder diese drei Kriterien, pausiere das Video und schreibe einen Satz auf. Dieser Ausdruck gibt die durchschnittliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Meter pro Sekunde im Zeitintervall 2,5 an. Machen wir weiter mit Aufgabe B. Interpretieren Sie den Wert V' von 3 im Zusammenhang mit der Bewegung des Fahrzeugs. V von T gibt uns die Momentangeschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an. V' von T die Momentanbeschleunigung. V' von 3 also die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt T gleich 3. Erinnern wir uns an die drei Kriterien. Bedeutung und Zeitpunkt haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch die Einheit. Das sind dann für die Beschleunigung Meter pro Sekunde Quadrat. Und genau so schreiben wir es hin. V' von 3 gibt die Momentanbeschleunigung zum Zeitpunkt T gleich 3 Sekunden in Meter pro Sekunde Quadrat an. Haben wir erledigt. Die Aufgabe geht weiter. Die Ableitungsfunktion V' ist eine lineare Funktion. Ja, wenn wir das ableiten, dann erhalten wir eine lineare Funktion. Bestimmen Sie Ihren Anstieg und geben Sie dessen Bedeutung im Hinblick auf die Bewegung des Fahrzeugs in den ersten fünf Sekunden an. Das ist etwas schwierig geschrieben. Bestimmen Sie Ihren Anstieg und geben Sie dessen Bedeutung an. Was ist da genau gemeint? Bestimmen Sie Ihren Anstieg, weiblich, die lineare Funktion. Wir sollen den Anstieg der linearen Funktion bestimmen. Und geben Sie dessen Bedeutung an. Also nicht deren Bedeutung der linearen Funktion, sondern dessen. Wir wollen die Bedeutung des Anstiegs. Okay, gehen wir Schritt für Schritt vor. Wir bilden die Ableitungsfunktion. V' ist gleich minus 2 mal 0,8 mal t plus 8 sind minus 1,6 t plus 8. Tatsächlich eine lineare Funktion. Davon sollen wir nun den Anstieg bestimmen, also k gleich minus 1,6 und die Bedeutung von diesem Anstieg beschreiben. Wenn v von t die momentan Geschwindigkeit beschreibt, dann ist v' von t die momentan Beschleunigung und hier sehen wir, dass die momentan Beschleunigung um diesen Wert sich pro Zeiteinheit verändert, ist negativ. Das heißt, die Beschleunigung nimmt pro Zeiteinheit um 1,6 m pro Sekunde Quadrat die Einheit der Beschleunigung ab. Okay, schreiben wir es so hin. In den ersten 5 Sekunden nimmt die Beschleunigung pro Sekunde um 1,6 m pro Sekunde Quadrat ab. Auch das haben wir erledigt.